Mein Ton ist weg. Was? Komm her. Hätte sein können. Hätte ja. Du hörst, du hörst. Du hörst einfach nur. Ich hoffe, du记st euch die Allgästen von denen dimensional rights científic. Wie? Ich gebe euch! Da geht was in dem Spiel, ich spüre es. Im Urin. Warum ist er so weit vorne? Nein. Anfang, ich wollte nur vorbei. Es tut mir leid. Sieht genug Bälle für alle da. Nein. Ich drücke schon abbrechen, aber er läuft trotzdem nicht. Oh. Oh. Knapp. Oh. Hallo. Hallo. Wie kickt er ihn noch um da? Oh. Oh. Wie ist er? Nein. Was ist mit dem Schuh? Na klar. Das geht nicht, das weiß man, wenn Ausnahmegilden. Ah, das ist gut. Gut. Ah. für ein 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 ganz knapp am Posten vorbei warum habt ihr mich nicht gefangen bei mir ich dachte ich springe in die Menge was der unglückliche Musiker den kann er vorhanden wenn er von der Rampe springt ja so ein State Style da gibt es ja auch genug Videos bei Youtube wo sie daneben fliegen ja 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 Pech tut ihm unglück ja in der Mitte bis wir euch zeigen Gelb du bist ein bisschen weit vorne ja aber ich hab den Angriff ausgebaut naja ist ja richtig aber wo soll ich denn hin soll ich dann dürfte man sich wieder mal ein Haufen oder ja muss sich ja wieder fallen lassen jetzt kann sie vor euch bleiben ja 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 ich stand frei das war Egon ja 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 Jetzt hat er jetzt halt aufgesetzt Schön Alter, was ist denn jetzt los? Wo sich alle die Haare abrasiert haben Wo ist der Afro? Wo ist der Afro? Ja Ja Drill Ah, stimmt, sorry Der sollte am Hotti rüber gehen Hätte ich mit der Flanke machen müssen, glaube ich Ja Ach, schade Oh, die paar Gelben im Publikum Ja, aber das sind alles Kängurus Gegen Real Madrid Wow Hehehe Pfff 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 Pf Pfff D Oh. Da waren wir umsides, okay? Eigentlich habe ich die noch nicht in Ruhe verkündet, bis man den auch entschießt. Warte, aufpassen, die waren nur vielleicht auch nur ein bisschen unglücklich, 3-0 hinten, muss man sagen. Weil die haben sie da gekriegt, wo wir sie auch denken, wenn wir die kriegen, die schießt ja kein zweites Mal. Nein! Oh, ich bin nicht mitgegangen. Oh, Mr.Galaxy. Ah, jetzt sind wir angezögert. Soll doch blau durchgehen. Aber da sind wir wieder. Oh, der ist... Genau, genau. Huuu. Schöne Aktion. Okay. Da denke ich mal, der Bot war der. Na, jetzt hat er ihn. Oder nicht? Das stimmt dann nicht mehr. Ich sage ja, die haben Pech auch dabei gehabt. Das stimmt ein bisschen. Mhm. Weil das so hässlich ist. Drei Torchancen hatten sie auch schon. Also. Mhm. Da sind es so. Sitzig! Ja. Mhm. Das ist so Você. Das ist so ein paar всего. Ich habe da noch nicht gedacht. In der Verteidigung. Ja. Ich habe mich damit! Ach maaaannn Haha Ah Ah komm Machst du doch mal groß, ey. Oh oh. Jetzt fangen die Boats ab. Ich sag mal, Fifa lässt uns um ein heißes Dinnisch betteln. Ich glaube, ein Orwiesenspieler. Oh. Mmm. Mmm. Oh. 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 Vielen Dank. Ich hätte gern drei weitere Tore vorbereitet. So viele Fenster und so viel Gelbe. Da hätten wir das 3-1 nicht kriegen dürfen. War zu gefährlich. Sechs Spiele für 18 Minuten. So, das ist mein letztes für heute.